In den USA gibt es wieder Wirbel um vertrauliche Regierungsdokumente in Privatbesitz. Doch in diesem Fall steckt nicht Ex-Präsident Donald Trump dahinter, sondern das amtierende Staatsoberhaupt Joe Biden. In Räumlichkeiten einer Denkfabrik, die an die Universität von Pennsylvania angegliedert ist, wurden vertrauliche Dokumente gefunden, die Biden offenbar während seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama aus seinem Dienstsitz mitgenommen hat. Biden nutzte diese Räume zeitweise als Büro. Seine Anwälte sollen die Dokumente bereits im November entdeckt und an das zuständige Nationalarchiv übergeben haben. Sie sollen keine nuklearen Geheimnisse enthalten. Zudem sollen sie nicht Gegenstand einer früheren Anfrage oder Untersuchung gewesen sein, erklärte ein Sonderermittler. Die Staatsanwaltschaft in Chicago sei involviert, zudem ermittle das FBI. Der Vorfall erinnert an vergangenen August, als Ermittler Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida nach Dokumenten durchsuchten, die aus dem Weißen Haus entwendet worden waren. Es wurden mehr als 100 Regierungsdokumente gefunden, die als vertraulich gekennzeichnet waren und unter besonderer Geheimhaltungsstufe standen. Ermittler Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida nach Dokumenten